Längst verschollenen Drummer damals dabei haben und der singt sein zweites Lied und ich freu mich schon sehr drauf und das wird ungefähr wie klingen, weißt du's nochmal? Ah ja, ok, könnte man machen. Also, begrüßt mit einem riesen Applaus Ilfer Svensson aus dem Hohenborn! Musik Musik Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.